Der Germania-Hafen in Kiel am vergangenen Sonnenabend. Eigentlich Austragungsort des alljährlichen Ocean Jump. Doch das Wetter spielte nicht richtig mit. Mit Abstand der beschissenste Tag, den ich seit sieben Jahren hier erlebt habe, weil einfach viel zu viel Regen. Sollte das Event wirklich ins Wasser fallen? Und was sagen die Zuschauer zum Wettern? Ist ja in Ordnung. Das sind wir gewohnt. Also doch, für etwa 15 Minuten hörte der Regen auf und die Besucher konnten sich freuen. Aber worauf genau? Action! Action! Mehr Action! Was heißt Action? Große Wasserfontänen, klasse Sprünge und einfach Action! Wenn du rüber rutschst und fliegst, das ist ja unglaublich. Die Stimmung ist wie jedes Jahr immer krass. Also hauptsächlich die Night Show, die ist natürlich angesagt. Und das ist für mich auch immer das Highlight. Die Sprünge sind cool, die Leute sind hier total gut drauf und es macht einfach Spaß. Ja wunderbar und ich freue mich auf jeden Fall auf die ganze Woche, weil wir haben am Mittwoch eine super Veranstaltung, wir haben am nächsten Samstag eine super Veranstaltung. Ich denke mal, das Wetter wird mit dem Spiel. Am zweiten Sonnenabend der Killerwoche folgt dann ab 22 Uhr der Best Trick Contest. Bei dem geht es dann um den coolsten Jump der Windsurfer und Biker.